Oder der sich für etwas besonderes hält, nur weil er, ja, weil er die Leute rumkommandieren kann und glaubt er, er könnte uns auch rumkommandieren. Aber das funktioniert nicht so, ne? Und schon müssen wir wieder die ganze Arbeit erledigen. Ne, Isaac? Du bist voll kaputt. Ne, 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 ne? Aber da, da ich dich steuere, ne? Wird alles okay sein. Du wirst, du wirst zwar schon tausendmal tot, aber egal. So, das sieht ganz und gar nicht schön aus. Hm, da ist ne Kiste. Und es ist ruhig. Zu ruhig. Das ist in Horrorspielen gar nicht gut. Dann erwartet man die ganze Zeit Monster. Es kommen keine... Ja, und dann erschreckt man trotzdem irgendwie. So, alles mitgenommen. Ab geht's, ab geht's nach oben. Kapitel 10. So, dieses Mal hab ich das mitbekommen. Ach ja, daran kann mich, kann ich mich erinnern. Hier sind wir mit dem Schiff gelandet. Und dann ging es ab mit der Action in... Dead Space 1. Wir haben hier den Marker rum... rumtransportiert. So. Ah. Okay, ab geht's. Das war die erste Mission, die wir jemals in Dead Space gemacht haben. Weil hier rein zu gehen... Und dann sind die... ganzen Leute abgekackt. Hm. Gibt's hier irgendwas... was nützlich sein könnte? Da ist ein... Da können wir speichern. Yay. Wo müssen wir hin? Wir müssen da entlang. Ich schau mich hier ein bisschen um. Hm, yay. Ein Knoten. Das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Müssen wir schnazen. Was war das denn? So. Wir sind in den Toiletten. Yay. Ein Medipack. Dann müssen wir auch sofort... Ein Audiolog. Und da begann alles. Das ist bestimmt ein ziemlich alter Audiolog. Und es wiederholt sich. Wir werden hier irgendwas aktivieren. Und hier sind die am Anfang... von den Monstern weggerannt. Wie kleine Kinder. Und jetzt stellen wir uns... unseren Gegner an. Habt ihr irgendein Wort verstanden? Also ich nicht. Wie gesagt, wenn ich die Untertitel nicht hätte... würde ich gar nichts verstehen. Nur Rauschen und so. Also... Da haben sie ein bisschen übertrieben. Mit dem Effekt. Vielleicht ist die englische Version besser. Keine Ahnung. Aber ich verstehe schon fast kein Englisch. Und wir machen hier ein Let's Play auf Deutsch... und nicht auf Englisch. Eine Werkbank. Yay. So. Nehmen wir ein paar Sachen mit. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Und hier haben wir unseren Plasma-Cutter gefunden. Ne? Den wir immer noch haben. Geil, ne? So, wir haben drei Knoten. Wir können jetzt... den hier... haben. Also noch mehr Kapazität. Das machen wir auch. Und dann wird hier... dann da... und dann hier oben. Wir brauchen also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen neun Knoten. Ne? Damit wir jetzt... Ja. 150 haben wir jetzt. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nö. Sieht nicht danach aus. Oh ja. Daran erinnere ich mich genau. So. Ist ja auch... ziemlich cool. Noch einmal... in... in dasselbe Schiff reinzugehen. Aber ist komplett verändert worden. Hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein, da wir alles getötet haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Hier gibt's nichts Besonderes. Also sieht zumindest nicht danach aus. Da liegt was rum. Dann... Ich geh mal weiter. Ich speichere noch nicht. Wo müssten wir hin? Wir müssen da. Also... Mache ich das wie immer. Ich hoffe, keine Monster, ne? So, Muni und Audio-Log. Meine Fresse. Ich frage mich, warum sie das überhaupt speichern. Also wen interessiert das? Die sind sowieso alle tot. Aber... Ich schloss die mal. Och nö. Große, lange Gänge. Ist da jemand da hinten? Keine Ahnung. Aber... Das sehen wir uns genauer an. Und... Da kommt ein Monster. So. Komm schon. So. Das war's mit dir. Du Spast. So, was ist da? Ein Stay-Spec. Yay. Gibt's hier noch irgendwas? Und wir haben so gut wie keine Munition mehr. Wir haben hier alles... Rausgeschossen. So. Und da ist noch ein Monster. Och nö. Waffe ändern. Dann. So. Arm weg. Und... Tschüss. So. Das war's mit dir. Es kommt ein Monster nach dem anderen. So. Willst du mich nutzen? So. Weg mit dir. Nachladen. Und weiter geht's. Wir müssen da wahrscheinlich weiter... Entlang. Och nö. Waffe wechseln. Und... Tschüss. Und die werden noch verlangsamt. Wie geil ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Ist alles voll dunkel, Mann. Ich sehe... Ja, fast gar nix, ne? Hm. Da gibt's Stays. Geil. Hallo. Hallo. Danke. Wo kommt da irgendein Monster? Sieht nicht danach aus. Ich hol mir mal... schnell den... Knoten mit, ne? Knoten. Knoten. Und... Wir hacken das hier mal. Oder machen es eben... Feindern ist eben so, dass es mit... Also, dass es... Eben funktioniert. So, das dann... Noch... Den da. Komm schon. Ja, haben wir noch ein paar Sachen... zum mitnehmen. Credits. Yo. Hier hinten, wie sich wahrscheinlich... einen Shop befinden. Wir schauen uns dann noch ein bisschen um. So, gibt's da irgendwas? Was ist das? Einfach nur ein Licht. Und das sind kleine Monsters. So. Ich will die nicht mal sehen. Weiter geht's. Halt die Fresse. So, hier wird sich bestimmt... Äh... Ja, da können... Da können wir speichern. Hm. Wir müssen wohin? Da entlang. Geil. Das heißt, wir schauen uns noch ein bisschen um. Und... Öffnen. Impulsprojektile. Geil. Gibt's noch irgendwo was? Nö, sieht nicht danach aus. Und hier auch nicht. So, wir gehen dann auch schnell in den Shop. Und... Was gibt es da so schönes? Nix. Können wir irgendwas verkaufen? So, Leute. Die Aufnahme ist nicht abgekackt. Keine Angst. Äh... Sondern ich wurde gestört. Ihr werdet wahrscheinlich nichts bemerken. Denn ich werde vorher einen Schnitt machen. Und ich wollte sowieso aufhören. Warum ist die... Ist die Person nicht eine Minute später reingekommen? Das geht mir voll auf den Sack. Ich hab nur die ganzen Sachen verkauft. Und... Ich speichere dann mal... Und wie gesagt, wir sehen uns dann einfach beim... Nächsten Mal. Also... Bis dann, Leute. Tschüss.